AIM FIRE! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hex PvP. Wir joinen direkt auf den Server. So. So, da sind wir auch schon. Wir sind alleine. Okay, also, ich wollte... Ja, ich wollte eigentlich nur... Vielleicht noch ein bisschen Farm gehen. Vielleicht mal gucken, ob ich so ein leichtes Dungeon schaffe. Wenn ich mir ein bisschen Eisenrüstung gemacht habe. Ein bisschen Grift. Ich hoffe, er ist leckend nicht zu stark. Okay, wenn wir uns gerade ein bisschen Holz lösen. Oh. Oh klar. Ne, ich will ja nicht mehr so. Doch, ich will mal kurz mal bauen. So. Ach man. Jetzt habe ich jetzt vergessen, die Maus zu drücken. Okay. Ah, ich habe ein Schiff getrunken. Ich trau. Ich trau. Ich trau. Okay. So. Ich trau. So. Ich würde sagen... So. 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 dann gehen wir zu unserer Workbench. So. 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 Wie ist das? Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ein bisschen Koppel bräuchten wir dann auch noch. Äh, ja, okay. Haben wir ein bisschen. Damit möchte ich nämlich unten den Rand meines Hauses machen. Okay. Ist das ein Dungeon? Nein, das ist kass. Ich weiß, dass ich sie nicht eingesammelt habe. Ja, hat's egal. Ich möchte nur eine neue Holzsorte finden. Bei der drüben. Okay. Hey, was ist das von uns? Sieht ja mal cool aus. Das ist ja lila. Cool. Ich finde, ich will gerade mal was mit. Sieht einfach nur, weil es cool aussieht. Ich finde, ich will gerade mal was mit. Das ist doch... Das ist doch... Ich finde, ich will gerade mal was mit. Ich finde, ich will gerade mal was mit. Ich will gerade mal was mit. Ich will gerade mal was mit. Ja, ja, ja. Okay, Dungelhöppen möchte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber da ist ein Sammlchen, das guck ich mir auch mal an. Na, vielleicht auch noch in dieser Folge. So schnell nach Hause. So. Oh, Skeletten, Skeletten. Oh, ein Eisbär. Musste ich machen. Ist ein bisschen färg. Oh, Stark, ey. Erst mal. Ach, ich schreibe jetzt mal gar nichts. So. So, wo ist unsere Fläche? Ich weiß gar nicht, in welchem Team der ist. Der wird's getrennt hat. So. Die Sätslinge haben wir... Ach, scheiße. Wir hätten auf den Sätslinge mitnehmen sollen. Er hört auf den Wood. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, das ist richtig blöd Oh, das hat so einen genaue Pass Oh mein Gott, das hat so einen genaue Pass Oh mein Gott, das hat so einen genaue Pass Oh mein Gott, das hat so einen genaue Pass Na, dann mach ich jetzt einfach mal Yolo Hier sind Sticks Dann haben wir ja mal alles ab Ja, eigentlich unentdeckt, das ist ein genaue Pass Oh mein Gott, das hat so einen genaue Pass Nein, die sind am Werk, aber ich möchte sie haben Ja, ja, Lines Oh mein Gott, das hat so einen genaue Pass Hat den Ofen Ach man, ich will das gar nicht Aber ich muss Oh je, jetzt müssen wir erst mal wieder ranken Die Folie ist jetzt wieder ranken Die Folie ist jetzt wieder ranken Und ich muss Lines Und ich muss das jetzt wieder ranken Und ich muss das gerne ranken Oh mein Gott, das ist echt oh man sieht das hässlich aus aber den Dörferbräu noch schnell so geht es am schnellsten jetzt mache ich das noch ein paar ich glaube es geht so ich muss mal Oh Gott, ich bin ja zu blöd. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Du bist ja albesiert, ne expand want. Noorts ständig. Zack, zack. Zack, 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 zack. Hop, 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 hop. ach so ist er noch schweizig deswegen okay dann so dann würde ich sagen das war es auch von der folge wenn es euch gefallen hat lasst eine positive bewertung da das würde mich sehr freuen ich gehe jetzt hier vom server und sage dann tschüss bis zum nächsten mal